Ich grüße das Licht in Euch. Tägliche Weisheit heute von Simo Weil. Sie lebte von 1909 bis 1943. Unsere Liebe soll sich ebenso weit durch den gesamten Raum erstrecken, sie soll sich ebenso gleichmäßig in alle Bereiche des Raumes verteilen wie das Licht der Sonne. Wenn eine Seele dahin gelangt ist, dass ihre Liebe gleichmäßig das ganze Universum erfüllt, so wird diese Liebe jenes goldgeflügelte Küklein, das die Schale des Welteis, durchpricht. Danach liebt sie das Universum nicht von innen, sondern von außen, von jener Stätte aus, wo die Weisheit Gottes thront, der unser erstgeborener Bruder ist. Eine solche Liebe liebt die Wesen und Dinge nicht in Gott, sondern von Gott her. Da sie bei Gott ist, sendet sie von dort her ihren Blick, der mit dem Blicke Gottes vereint ist, auf alle Wesen und Dinge herab. Allen Segen. A. 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 Untertitelung des ZDF, 2020